Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 4 Rush Die Folge Nr. 50 ist dies Ja, herzlich willkommen 50 Folgen... oh Ja, es geht wahrscheinlich sehr gut los in dem Alle schon, in dem ich schon sterbe wahrscheinlich Ja, glaube ich auch Ja, das geht super los hier Ich muss dazu sagen, ich habe mir eine neue Maus bestellt Ne, jetzt habe ich eine Logitech Gaming Maus Profimässige Maus natürlich, wo ich DPI und so alles verstellen kann Nur mit ein paar Klicks Und da ist es so, dass ich mich zuerst an dieser Maus gewöhnen muss Boah, jetzt kann ich nirgends spawnen, das ist schade Muss ich hier hitten Also, ein bisschen heisser bin ich auch noch Aber jetzt muss ich mich zuerst an dieser Maus gewöhnen Ein bisschen von der Haltung her Deshalb kann ich gar nicht das beste Match zeigen Eigentlich zur 50. Folge Aber ja, wir schauen mal was alles möglich ist Momentan läuft es ja sehr gut im Rush eigentlich Okay, Alpha ist schon mal weg Da ist noch einer, da sind zwei Ah, du Sack Da ging einfach mal der Balkon weg, förmlich Komme ich denn da hoch? Ja, komme ich Bringt mir das denn was? Oh ja, Alpha hätte ich schon Würde mir etwas bringen Ich könnte ja auch mal die Waffen wechseln Wir haben ja eigentlich, seit ich das rasch Let's Play gestartet habe hier Zwei Waffen Einmal die G36C Und einmal die Amtar Ja, jetzt nehmen wir doch mal die Groza Äh Oder soll ich mal Ach komm, wir nehmen mal Sturmsoldat Mit der Groza Gibt auch Ja, ja Komm, versuchen wir einfach Auch eine schnelle Waffe Bombe entschärft Das ist natürlich nicht so toll Ich habe vorhin gerade noch eine gute Gulf of Ovat gewonnen Das war zwar ein bisschen ein harter Kampf Aber am Schluss haben wir dann trotzdem Relativ eindeutig gewonnen So Ich versuche es glaube ich nochmals da oben Denn ich wusste gar nicht wie der Balkon hier aussieht Deshalb Oh, ja Warten sie da in der Ecke Aber ich habe glaube ich etwas bekommen Bin ich aufgestiegen Denke zwar nicht Aber Irgendwas habe ich bekommen Da oben sind alle Da oben ist auch einer da Boah Alter Kann ich eigentlich auch mal was machen? Die Statistik ist so scheisse Na ja, gehen wir halt Alter Alter Die Maus Fast hätte mich die Maus einen Kill gekossen Boah Boah Die Groza die perfekte Waffe für ihr Echt Das war eins geiles Alle tot? Ah scheisse Ich werde Ja ist ja klar dass es mir passiert Ach das ist da oben Achso Deshalb Oh scheisse Deshalb waren da so viele Ist ja klar Da brennt es ein bisschen Deshalb Der ist weg Boah Genau mich muss doch natürlich erwischen Sack So Die ersten zwei sind weg Schön Wie viel sind es? Zehn Puh Teilweise sechs Teilweise zehn Und jetzt sind schon Fünf Minuten begangen Auf einer Karte hätten wir jetzt schon fast alles durchgespielt Boah da drüben Boah keine Muni mehr Scheisse Ja hab ich dir So rüber hier Wir müssen ein bisschen vorrücken Nur leider keine Muni mehr Das ist Der weiß es zu schätzen Dass wir keine Muni mehr haben Wo ist er? Boah Scheisse Gut Ishinga Ist der so gut Ist der so gut Der ist ein bisschen besser als ich Aber ja Jetzt ging es bergauf mit der Grotza War das gut Der Squad ist immer noch in etwa hier Boah Da ist ein Schwarzer hier Für den habe ich jetzt natürlich das falsche Kit dabei Da ist zum Glück einer der Hier runter Oh ja Oh ja ich hätte ja Medikit Ich bin mir gar nicht gewöhnt Boah Alter Ich bin mir gar nicht gewöhnt Dass ich Medikit dabei habe Obwohl ich früher so oft mit dem gespielt habe So das geht natürlich nicht So Das geht natürlich nicht So und jetzt Ich glaube früher war die Base hier Wenn ich mich richtig erinnere Boah Nein Die sind da Entschärfen Entschärfen jemand Ich glaube schon oder? Nein Also ich weiss nicht Ishinga Er macht lieber Kills als entschärfen Okay Der Klaus Kleber der wurde letzte Runde kritisiert Wieso ist denn der Chat wieder an? Ja Ja Weil sie die ganze Zeit darüber diskutieren Ob der Klaus Kleber hier hackt Ich glaube es hackt einfach nicht mehr bei allem richtig Er hat zwar mich auch ein paar mal erledigt ehrlich gesagt Da habe ich mich auch aufgeregt Aber ja Da muss ich nicht gleich sagen Er hackt Nur weil er ein bisschen guten Rad im Panzer Scheisse gehabt hat Heisst das nicht dass er jetzt gleich hackt Gut Auszuschliessen ist es auch nicht ehrlich gesagt Aber ja So Das war der der mich erledigt Ne es war ein anderer Hier nützt es viel das zu betrümmern Hier ist ein sehr eingerichtetes Gebäude hier Oh wer ist das? Oh ja Oh da steht ja B frei Was ist das für ein Wunder? Hehehe Ah Zuerst mal ein bisschen raus hier I Shinga Zum vierten mal Zum vierten mal So wir können ein bisschen schiessen Schön Okay Wir sind ein bisschen verwundet leider Okay Wo will er jetzt? Will er wieder da lang? Ist natürlich auch gut Da können alle spawnen Und er ist gleich Hier beim Kampfgebiet Schön zerstören Alle niedergehäckselt Alter du Kommst hier nicht hin Befördert Schön Da oben ist auch keiner Alter der hat Ja von hinten Ich weiss Der ist weg Nein Da hat uns der Patzer Der ist weg Ich hätte mehr Kills machen können Ehrlich gesagt Ich bin einfach nicht der geübte Amt-Track-Spieler Allgemein ja nicht so Patzerwässiges Gegabt So So eine kleine Medaille Also er ist drüben gestranken Jui Boah Ich dachte mir ich gehe lieber auf diese Seite Weil von der anderen kam auch so heftiger Beschuss Aber ja Leider nichts gebracht Er ist gleich weg da oder? So Zehn Minuten Wieder fünf Minuten vergangen Es geht auf die andere Seite Glaube ich Die andere Flussseite Ja Ich halte mich lieber noch ein bisschen Hinten auf Genau Das Hochhaus Ist Das Hochhaus ist Bereit zusammengestürzt So schießt der hier So Jetzt sind sie natürlich da unten in der Brücke Wahrscheinlich Achtung Ich habe einen feindlichen Soldaten in euch Ah Ich habe den Klaus Kleber erwischt Also so ein Hacker ist er jetzt nicht Würde ich sagen So Das wird eine schöne 50. Folge Also ich mache ja da nicht grosses Special draus Aber jetzt wenn sie ein bisschen länger geht Ich verstehe Wo ist denn der? So Jetzt komme ich raus Boah Boah Ah das Nein das ist ein Gegner Boah Nein nein Da war noch einer Da war noch einer Da war noch einer Aber es leben noch zwei Ja noch zwei Ja noch zwei Boah 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 18 und 13 Es geht noch Beim nächsten Kill trinke ich mal schnell was Weil ich schon wieder heiser werde Gut ich habe auch schon wieder den ganzen Abend bereits durchmoderiert Und habe jetzt geswitcht zum Battlefield 4 Jetzt trinke ich mal schnell Damit auch weitere Info auch von Battlefield 4 jeden Tag der Folge kommt Ich gehe raus damit die anderen auch noch spawnen können Ja wenn der Panzer nicht schon kaputt ist Natürlich Boah Boah Es ist ein Fax-Komitee das man hier hat Ja und meine Maus Die Finger Sie ist eben ein bisschen anders Sie ist länger als die alte Also ja die alte ist eigentlich noch nicht Bruchscheisse Aber sie hat halt Aber sie hat halt Es ist keine typische Gaming Maus Sie wollte überall halt eine Boah Es war auf eins runter tot Die ist eben eine klassische Gaming Maus von Logitech Da kann man durch ein paar G-Tasten Also sind so Zusatztasten programmierend So kommt jetzt So kommt jetzt Hier das Mediche ist Komm drück jetzt drauf Warum ist da drüben schon wieder Einer tot Alter Klaus Klebe Ich habe ihn schon dreimal erledigt Aber wie er da wieder bei C4 kommt Ja gut Da habe ich noch was erledigt Hm Langsam müssen wir was machen Sonst wird es keine ruhmreiche 50. Folge Fahr den noch ein bisschen vor Dann kann er da schiessen So Immer schön rüberballern Aufpassen, dass sich niemand abschiesst Boah Da ist schon wieder einer Alter Der Dieser Der Der schnell geschalten hat Unglaublich Ich bin immerhin in dieser Folge aufgestiegen Auf 95 Das habe ich immerhin geschafft So Gleich abtauchen Das Meer Der See sieht wieder Super aus Hier Die Na ja Übung macht den Meister Einfach viel zocken mit der Maus Irgendwann gewöhnt sich das Hakenleck und die Finger automatisch dran Und man sich selbst auch natürlich das läuft Okay, das war wieder mal really bad. Sie ist nochmals scharf. Aber die anderen müssen eben auch noch scharf werden. In 14 Tickets unmöglich eigentlich. Ja. Wir sind alle gestorben. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr spawnen. Mach ich trotzdem. Wir laufen noch ein bisschen rum. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen von 50 Folgen. Battlefield 4. Natürlich auf weitere 50 Folgen. Bei Rush gibt es sowieso zwei Folgen eigentlich, was eine Folge wäre. Dafür gibt es jeden Tag eine, als von dem her. So, ich möchte unbedingt nochmals sterben. Deshalb springe ich auch nochmals hier im See rein. Ob es gleich einer abschiesst. Ich habe deine erste Hilfe für dich. Ich habe deine erste Hilfe für dich. Und da war es vorbei. Okay. Okay, man muss es auch verlieren können natürlich. Wir schauen jetzt trotzdem in den Chat an. Ja. Da streiten sich ein paar. Ich bin aufgeschiegen. Mage of V. Das war jetzt nicht die beste Runde. Groza Battlepack. Immerhin. Und heute ist es auch noch doppelte XP, glaube ich. Soviel ich weiß. Ordensbänder. 13.000 Boost nur schon. Deshalb bin ich auch aufgeschiegen. Ja. Klaus Kleber teilt auch gerne auch aus. Nicht nur Steckge ein. Er teilt auch aus. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hoffentlich noch auf diesem Server. Tschüss. Tschüss.